Was, wenn der Mond auf die Erde stürzt? Hast du dich jemals gefragt, was passiert, wenn der Mond auf die Erde stürzt? In den nächsten Sekunden werden wir das unglaubliche Szenario durchspielen. Der Mond bewegt sich ständig in seiner Umlaufbahn um die Erde. Aber was wäre, wenn etwas ihn aus der Bahn wirft? Zuerst gäbe es gewaltige Erdbeben. Die Ozeane würden gigantische Tsunamis erzeugen. Die Atmosphäre würde von hitzeschweren Trümmern erfüllt. Das Leben, wie wir es kennen, wäre bedroht. Eine direkte Kollision würde enorme Energie freisenzen. Es wäre, als ob Millionen von Atomwaffen gleichzeitig explodierten. Solche Ereignisse sind extrem unwahrscheinlich. Glücklicherweise hält uns die Schwerkraft sicher. Unsere Wissenschaftler beobachten den Weltraum ständig. Keine Sorge, der Mond fällt nicht morgen herunter. Interessieren dich mehr kosmische Phänomene? Abonniere unseren Kanal für weitere faszinierende Inhalte. Drücke den Like-Button, wenn dir dieses Video gefallen hat.